Wie sagt mich Tick-Tack? Achso. Du bist voll outdated, weißt du das? Warum? Ah ja, einfach so. Ich mach jetzt was, was ich eigentlich normalerweise gar nicht mache. Zu mir teleportieren? Nee, das mach ich heute mal nicht. Ach, Glück. Dann bin ich ja ein bisschen alleine. Ich teleportier dich jetzt hier runter. Nein! Doch. Nein, ich bin gerade am Baum. Ich brauch einen Anhaltspunkt, den nutze ich. Du bist der Anhaltspunkt. So, T-P. Ja, auf. Na, Schiss? Damit wirst du leben müssen, lieber Immers. Zapp. Zapp. So, dann machen wir den hier ab. In der Ransenreichweite. Zip, 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 zip. Was ist denn hier los? Pam, 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 pam. Was tut es? Eine Raffinerie bauen. Immer noch. Ja. Du baust ganz schön lange an der Raffinerie. Ja, ich weiß. Das ist bestimmt ein Teil, oder Teil eines raffinierten Planes. Aha. Hm. Du fandst meinen Gag nicht lustig? Doch. Ach, der war so gut. Der war so gut. Es gibt schon Sachen, die ich einfach mal drauf habe. Ich weiß nicht, was. Ob ich es wohl drauf habe? Also, Gaggereisen. Gags reisen, das ist... Ja, das kannst du wirklich total. Also, das ist ein Knaller. Also, das... Du bist der King der Witze. Ja. I am the Witzking, ne? Hey, 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 hey. Nein, sag schon. Ich sag schon. Jetzt reicht doch, wenn du es weißt. Du hast jetzt ernsthaft drüber nachgedacht, diesen Gedanken auszusprechen. Ja. Ja, ja, hey. Das habe ich. Na ja, dann machen wir mal... Nein! ... einen Punkt. Ach, schau her, ey. Du bleibst da. Ich muss noch ein paar Euro holen. Ich muss leider nochmal zurück. Wo? Ja, teleportier doch. Es ist ja nicht so, als hätte ich dir das verboten. Hast du? Nein, ich hab gesagt, pass bitte auf, dass du das nicht so häufig tust. Ah. Was tue ich? Freut mich. Noch nicht mal zuhören, hast du? Hölzernes Wasserrohr. Hammer. Dann. Ah. Guten Tag. Meine Knochen knarzen. Hallo, ihr Knochen. Hello. So. Das brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Was haben wir denn noch an einzelnen Materialien? Den hier, den hier, den hier brauchen wir auch nicht. Den hier brauchen wir auch nicht. Fertig. Na, das sieht doch gut aus. Die, 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 die. Oh, Wassereinbruch. Schlecht. Sehr schlecht. Ich schwimme. Zweite Raffinerie läuft. Hey. Du bist ja richtig fortschrittlich. Ja. Ich weiß, ich weiß. Du hast es einfach nur drauf. Ich weiß. Ich weiß. Du bist eine äußerst sensible Natur. Was? Alles klar. Oh Mann, das Schwert wieder auspacken. Muss ja irgendwie zu machen sein, dass man hier so... Na, dann nehmen wir doch das. Tada. Das passt so. D, 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 D. Wo können wir denn an Rohren sparen? Naja, wenn du es nicht so breit bauen würdest. Aber das Problem ist, dass wir dann immer drüber hopsen oder drum rumlaufen müssen. Ja. Das ist dann wieder schwierig. Und so geht das eigentlich ganz gut, wie du das da jetzt gebastelt hast. So. Wir könnten die hinteren Tanks nochmal abreißen, könnten die näher bauen. Das könnten wir tun. Aber dann sparen wir nur ein paar Röhrchen. Und das lohnt sich eigentlich nicht. Hey, wie hast du das geschafft? Ja, ich hab's drauf. Das hab ich dir doch gesagt. Ich werd's dann in den Folgen sehen, wie du gecheatet hast. Ich hab nicht gecheatet. Ich habe mich hochgearbeitet. Na, muss ich den Stift in die Hand nehmen? Nein. Ich find's goldig. Wollen wir noch eine dritte Raffinerie dranhängen? Klar, warum denn nicht? Machst du eine? Könnte ich mal tun. Ist das Material komplett daheim, oder? Was du für die Raffinerie brauchst? Ja. Okay. Was brauchen wir denn für die Raffinerie? Ein Diamantenszahnrad. Alles klar. Also müssen wir erst mal Gold brennen. Nee, hab ich schon getan. Das müsste noch reichen für ein Zahnrad. Goldbarren haben wir acht Stück. Ja, brauchst du nur vier. Vier Stück brauch ich dafür. Genau, dann brauch ich auch Steine. Und ich brauch auch noch... So, Eisenbarren. Das brauchen wir auch. So, machen wir erst mal ein Zahnrad, ne? So, Steinsche drumrum. Eisen drumrum. Und Gold drumrum. Bing, 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 bing. So, da haben wir schon mal das goldene Zahnrad. Dann brauchen wir noch Tanks, ne? Ja, zwei Redstone-Fackeln und drei Tanks. Acht, sechzehn, vier und zwanzig. Das bringt nix. Also nehmen wir den so mit. Machen wir erst mal Tanks. Einmal. Zweimal. Dreimal. Eins, zwei, drei Tanks. Die hätten wir schon mal da. Dann packen wir das Glas zurück. Jetzt brauchen wir noch Redstone-Fackeln. Haben wir Redstone-Fackeln noch da, oder? Nee. Musstest du die bauen? Musst du die bauen. Okay. Dann bauen wir mal eben zwei Redstone-Fackeln. Fupp. So, dann können wir eine Raffinerie zusammenstellen. Nein, können wir nicht. Das wird ja ein diamantenes Zahnrad. Eins, zwei, drei, vier. Ich hab schon alles hingebaut. Es wird nur noch die Raffinerie. Ja, ja. Ich wollte es nur erwähnen. Ja, ja. So. Fleck, fleck. Wo ist der mit? Ach, da. Wollte doch gerade sagen. Ich hatte doch gerade eben zwei Redstone-Fackeln. So, dann springen wir mal... ...hinein. ...hinein. Da. Ich baue sie doch hin. Hätte sie nur hinstellen müssen, hättest du da hin machen müssen und alles ist gut. Gut. Wird auch gleich versorgt mit Energie, wie es aussieht. Ja, die baut auf, aber sie bewegt sich noch nicht, weil da kommt noch nichts. Mhm. Sie hat auf jeden Fall schon genug Saft. Aber ich hab auch leider keine, äh, Wasserrohre mehr, deswegen. Das ist aber jetzt erstmal nicht schlimm. So, die geht schon mal auf grün. Haben wir schon mal drei Raffinerien laufen. Hier laufen ein Haufen Motoren. Wie viel Sprit ist denn da noch drin? Ei. Zwei Eimer. Nimm dir raus, was du brauchst. Wir haben genug Sprit. Ja, das mag sein. Wir müssen auf jeden Fall eine andere Höhle suchen fürs Gold. Ja. Vielleicht sollten wir hier hinten eine Höhle erkunden. Wie lange Zeit haben wir noch? Na, das sollten wir in der nächsten Aufnahme tun. Ich wollte es ja nur wissen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, das sollten wir in der nächsten Aufnahme machen. Gut, dann machen wir das in der nächsten Aufnahme. So, sieht das doch schon mal gut aus. Zack. Zack. Ah, die Rohre sind voll. Das ist doch schon mal schön. So. Einmal wechseln. Fünf, 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 fünf. Also Sprit haben wir auf jeden Fall genug. Legen wir uns einmal kurz in die Koje. Einmal wechseln. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Einmal wechseln. Was ist denn los hier mit meiner Computer-Maus? Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal. Voll cool, wie du bezielst. Ich bin schon so stolz, dass ich das nicht zählen kann. Und wieder ein Strich. Warum? Du traust mir das nicht zu. Doch, natürlich traue ich dir das zu. Na, offensichtlich nicht. Doch. Sonst wärst du ja nicht so stolz. Ich bin stolz, dass du zählen kannst. Nicht jeder kann zählen. Ja, aber ich? Ja. Geil, oder? Deswegen sag ich dir, ich bin stolz auf dich, dass du zählen kannst. So, wie sieht's denn hier aus? Da muss ich dann auch nochmal... Wie sieht's denn hier aus? So, jetzt brauchen wir wieder Sprit. Hier, das geht mir auf den Zeiger, die Motoren zu bestücken. Wir brauchen Gold. Dann musst du's nicht mehr tun. Renne ich hier eimerweise mit dem Zeug rum, weißt du? Der erste hintere Tank ist schon mal voll. Ein Dreier-Tank. Ah, ich hab noch Tanks, fällt mir grad so auf. Na, das ist doch schon mal gut. Ja, die... Kannst ja schon mal... Waffe ich. ...bauen. Was? Du solltest es dranbauen. Ja, das hatte ich doch vor. Siehst du? Teamwork und so, weißt du? Mhm. Im Wir-Gefühl. Mhm. Voll ausgeprägt. Ja, definitiv. So, jetzt haben die alle eine Vierer-Höhe. Dann haben wir das hier... ... ... Flop, 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 Flop. Obwohl, das können wir jetzt eigentlich so machen, weil jetzt sind ja alle Motoren wieder versorgt. Flop, 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 Flop. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall alle Motoren wieder genug Sprit. Alle über die Hälfte, fast drei Viertel voll, das reicht aus. Damit kann man auf jeden Fall schon mal eine Weile hantieren. Die laufen jetzt erstmal. Und laufen. Und laufen. Und laufen. Ja, Sprit. Müssen wir uns vielleicht überlegen, ob wir erst einen Tank und dann den nächsten volllaufen lassen. Oh, nein. Zu spät. Kann man auch so lassen. So, die Plattform ist versorgt. Gut, sollen wir hier unten nach Höhlen suchen oder sollen wir uns einfach runter bauen?